Hier ist die Länge, als wir warten, um die Lichter zu kommen, die grüne Lichtflag ist aufgerufen und die Lichter sind aufgerufen. Hinter dem Feld her, Hesse-Werme. Der Deutschland, also die Gutte der Stunde, genutzt zum Autoretum mit dem Helmin, hinter Polin, nach Renn 2, 14 ... ... und überstieg auf Renn 4. Fanclar, derit wohl johne johne. Zwei Positionen gewonnen, schon auf Renn 7. Pachtkantin, die Tour de Geat ca. Recht, Sie müssen das Tuch, der Runterschömpel gerade zum ersten Mal rein, hinter dem Feld an Polinen, Kufel 4, die wir gerade bei tollen und mit tollen Überholmanövern in der Formel 3 gesehen haben. Erste Runde läuft, Maini, Hauga und Meloni ganz hinten am Ende des Feldes aus der Boxenstraße gestaltet. Wir haben in Formel 2 Rennen 40 Runden auf dem Programm und es gibt für alle Piloten einen verpflichtenden Bussystem. Einer wird da draußen langsamer mit dem vermuten Reifenschaden und der Fernfahrt ganz entspannen kann und wird dann verwehrleitet werden. Das ist das Rettungstehende auf dem Programm und ein verpflichtender Reifenwechsel ist umgekehrt. Entweder man startet auf Soft und fährt etwas länger oder man startet auf den schnelleren Supersoft und kommt früher zum Reifen.